Hallo und willkommen zurück bei einem neuen Versuch mit dem Quacks Versuch mit der F5E Tiger II ein wenig mehr zu rocken als bisher und wie ihr seht hab ich da gerade ein Jet am Hacken und das ist eine 21 und die sind ein wenig gefährlicher. Oh, hat auf mich geschossen aber die Missile ging vorbei. Ich glaube aber er hat mich mit seiner Kanone getroffen Okay, jetzt gucken wir mal was wir noch machen können, aber wo ist er geblieben? Wo ist er? Verdammt Okay, da oben ist er Smoke Trail von einem Missile. Ist er geblieben? Ach, Mist Suchen und suchen Oh je Also ganz ehrlich, es ist mit der Tiger II nicht so ganz einfach weil sie einfach keine BVR Fähigkeit hat was die 21 Nummer hat und wie man sieht gehen jetzt gerade meine Triebwerke aus das heißt die Treffer haben dann wohl meine Spritttanks erwischt und jetzt segel ich nur noch so ein Ah Okay Also nächstes Flugzeug nochmal versuchen Ja, da sieht man es ganz gut Da bin ich erwischt worden Ach Mist Ich brauche noch viel mehr Übung In diesem Sinne Ein neuer Versuch Okay Mein Center Fuel Tank bin ich los geworden Radar ist an Ich steige Steige und gucke gerade was der Ground Controller mir sagt Okay Ich muss 2, 3, 4 Und Ja, mal schauen wir was finden Der Radarwarner sagt mir auch Auf meiner 9 Uhr Bis 10 Uhr Habe ich etwas Schauen wir mal Ah Ich sehe euch Ich sehe euch Haha Ich sehe euch Okay Also Schauen wir mal Wer da rankommt Ah Da Wo wart ihr Äh Da war ein Smoke Trail Wo kommt ihr her Oh verdammt Und da war eine Mist Oh Sie hat mich erwischt Oh Ha So Ein Mist Okay Schöner Schweidersitz Na Und nochmal Und da hinten Hat schon Einen erwischt Ich kann aber nicht sagen Ob das ein Friendly Oder ein Hostile war Aber Gibt Schubrakete Und rein Ah Ich sehe was auf dem Radar Okay Locked Das nächste Ziel Hoffen Hoffen dass ich mal mit meinem M9 mal Irgendwo zu Potte komme Ich sehe nichts außer Wolken Nur Wolken Oh Da hat es noch Einen erwischt Oh Irgendwas habe ich Aufgeschaltet Oh Da hinten Schießt eine Mist Oh Ne Nein 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 Ah Okay Wie ihr seht Brauche ich noch Eine Menge mehr Übungen Um mit der Tiger 2 Überhaupt Irgendwas zu reißen Im Luftkampf Erst recht gegen Nick 21 Liegt man da Ganz weit hin In diesem Sinne Danke fürs Zuschauen Und Viel Spaß noch Bis zum nächsten Mal